Die gleiche geniale Playmate wie gestern, der Yusam Jin aus Arabian Nights. Und hier drin für Uwe und für Yerrit sind hoffentlich geile Karten aus Legends. Wir fangen an mit Uwe und Uwe, you know, Sheldrit Liliana, nahezu, garantiert will ich nicht sagen, aber relativ sicher in dem Display, ansonsten los Legends Karten. So, Messerzeit, anders als das schöne Setbooster von Disco Combo am Sonntag, sind diese Collected Displays scheiße aufzumachen. So, als allererstes gucken wir mal, was hier in diesem Boxkörper drin ist. Und Xara, The Golden Sting. Okay, Booster zur Seite, Xara neben das schöne Gesicht von Yusam Jin. Und los geht's, wir haben 12 Booster. Preis hier war, meine ich, um die 230 Euro. Und Telerian Geyser. Ähm, ja. Wir haben eine Insel, mal gucken, ob die immer noch über 1 Euro wert sind hier. Textured Foil, Uncommon, Reverts of the Claw, Unite the Coalition. Ist das die Commanderkarte? Ich glaube. Dann haben wir wieder 2 Uncommons. Oh, Foil, Lady of Otaria. Das ist auch ein Boxtopper, glaube ich. Aber die erste Mythic Rare tatsächlich. Direkt. Und The Everchanging Dane. Auch ein Edge Toil. Dann haben wir den Aether Channeler in Extended Art. Das ist ja der, der teure Slot am Ende. Die Extended Art oder eben auch Borderless, Mythic Rares, ganz am Ende sind das, wo das Geld steckt. Noch eine Insel. Nice. Die Pfeiler auf Vigor, das fängt... Die Pfeiler auf Vigor und Leyline Binding Extended Art. Das fängt schon mal gut an. Das sind die beiden tollsten Rares aus dem Hauptsit. The Raisin Man, Shivan Reef. Zählen wir die Länder noch? Warum nicht? Und Evolve Sleeper in... Ja, man kann es Full Monty nennen. Und der Elemental Token. Evolve Sleeper, ja. Auch nicht so schlecht. Tatsächlich. Also die normale Karte ist schon eine der Karten, die über ein Euro wert ist. Was ja schon viel ist hier bei dem Set. Dann haben wir einen Sumpf. Ivy Gleefulls Bellthief in Extended... Nee, in Textured Foil. Vielleicht auch nicht so schlecht. The Eternal Schema Mythic Rare, Nummer 2. Academy Loremaster. Silvitri, Dragon Master. Auch schon so oft gezogen. So, ein bisschen hier. Sodass ihr alles seht, ne. Silvitri. Ein paar Mal schon gezogen. King Darion. Und Ratadabrik auf Urborg. Ratadabrik auf Urborg. Ja, kleine Rule of Thumb. Also hier Daumenregel, wenn man das so sagen kann im Deutschen. Legendary Creatures sind nichts wert. Es geht um alle anderen Karten. Nahezu. Planes. Nochmal ein Evolved Sleeper. Damit kann man arbeiten. Ruhig kann der noch ein paar Mal kommen. Enorned Peacekeeper. Auch nicht so schlecht. Stang, Echo Warrior. Einer der Boxtopper. Danita, Benalias Hope. Und Caves of Coilers. Diesmal in Full Monty sogar. Das heißt, Foil, Everything, Borderless. Das sind die Painlands, die ich mir zur Seite legen würde. Also, die würde ich an deiner Stelle nicht öffnen, lieber Uwe. Äh, nicht öffnen. Quatsch. Nicht verkaufen. Ether Channeler. Gerard's oder Gerard's Hourglass Pendant. Gott, ey. Was wollte ich sagen? Gerard's Hourglass Pendant. Je ne parle pas français. Ramses. Rasputin. Und Archangel of Wrath in Full Monty. Leider. Keine der cooleren Karten. Was würde ich gerne noch sehen? Serra Paragon. Ähm. Kahn. Kahn. Und auch Kahns komisches Artefakt. Und auch den Timeless Lotus. Haben wir noch gar nicht hier gesehen auf dem Kanal. Einen Sumpf. Joda The Unified Textured Foil. Miria und Falaji Wayfarer. Syrah The Golden Sting. Und nochmal ein Joda hinterher. Duplication for life. Und die Pfeile auf Vigor in Full Monty. Sweet. Nur Leyline Binding ist noch besser am Rare Slot. Gefühlt nimmt der die Five of Vega auch immer ein bisschen mehr ab jetzt im Preis. Aber grundsätzlich solide. Beast Caller sehr cool. Vesuvin Duplimacy sehr geile Mythic Rare. Rugach Cypher Springs und Astor Barrow of Blades. Das ist unser Full Monty Slot. Der kann Textured Foil. Ist eigentlich egal. Textured Foil ist auch cool. Das ist ja ein zusätzlicher potenzieller Rare Slot. Ist jetzt auch nicht so teuer außer es sind wirklich die guten. Also hier so ein Was hatten wir? Ne. Joda The Unifier Mythic Rare in Textured Foil oder auch Gleeful Spell Thief ist eigentlich ganz cool tatsächlich. Squee in Textured Foil war nicht so schlecht. Vesuvin Duplimacy Foil hinterher die Pfeile auf Flash Jered Ojan in Edged Foil eine Mythic Rare Karte die nichts wert ist. Vielleicht in Edged Foil ein bisschen aber Non-Foil ist sie nichts wert. Und Capulusan Forest in Full Monty das ist das vierte Land und zwei drei vier fünf sechs sieben acht Mythic Rares in acht Boostern. Vielleicht schaffen wir das perfekte Display zwölf Mythic Rares in zwölf Boostern mit einer Lost Legends Karte und sechs Ländern das wäre doch cool. Noch ein Sumpf Nemata Ceriam Meria alles das sind alles Legendary Creatures demnach wenig wert. Sulkana leider auch nicht so viel wert. The Mana Rick Oh das ist auch Mythic Rare Commander Karte Extended Art voll cool da ist keine Legendary Creatures gehe ich davon aus dass die einen Ticken was wert sein wird. Das ist einfach tatsächlich hier bei Dominaria so eine kleine Regel könnt ihr euch merken. zieht eine legendäre Kreatur freut euch nicht drüber zieht irgendwas anderes in Mythic Rare freut euch drüber Defiler Flash in voll Cerra Redeemer Xyra the Golden Sting in Etched voll Rata Dabrik und Keldin Flamesedge Full Monty Uns fehlen noch drei Mythic Rares um das perfekte Display hinzukriegen Boom keine Lost Legends Karte Danita in Texted Fall The Phasing of Scythe 4 Emperor Mihail Thorsten Mythic Ja aber leider Schrott Leider Schrott und Temporal Firestorm mit einem Sand Warrior Phyrexian Germ Token und das ist es schon das sind 12 Booster geht doch rucki zucki viel schneller als so ein Set Display oder auch Draft Display Keine Lost Legends Karte Forrest Silver Scruton T Valium Veteran Ramesses das ist ein K-Plus in Forrest das erkenne ich sofort und Danita Benayas Hope in Foil Ja 5 Länder und nur 10 Mythic Grass Leider Leider es fällt mir jetzt gerade erst ein Uwe es ist das erste Display ohne meine Sheldrude Garantie oder Liliana Tut mir leid da muss ein Fehler sein dann hoffen wir dass hier im zweiten doch zwei drin sind auch wenn du davon nichts hast kurze Aufräumpause und hier ist Booster 2 für Jared just open it up and let's go ich weiß man ist so ein bisschen undankbar aber den Box Topper ob man den jetzt aufmacht oder Peng ist eigentlich egal weil wir in einem Display ja bei Uwe eben schon eine Mythic War hatten das jetzt so ankammer Ramirez der Pietro Pillager 12 Booster 12 Mythic Rares gilt es zu ziehen ich sag mal so das perfekte Display für mich 12 Mythic Rares 6 Painlands und eine Lost Legends Karte wir fangen mit einem Forest an Drag to the Bottom The Reaver Cleaver ich glaube es ist einer der teurer Commander Karten Ayasha Tanaka Cypher Springs aha aber keine Mythic Rare ich brauche nur in jedem zweiten Booster ein Land und dafür in jedem Booster eine Mythic doch Legends Karte wäre so geil jetzt ich würde mich sehr drüber freuen Plains Thran Portal Robberan Mercenaries die sehe ich oft zusammen übrigens Thran Portal und die Robberan Mercenaries müssen doch irgendwie Printsheets zusammen gehören Ramses Assassin Overlord äh Assassin Lord nur Ertai Resurrected und The Eternal Schema erste Mythic Rare die wir hier gezogen haben So ist glaube ich eine lustige Kreatur zu spielen ich habe gesehen die Jungs von herum kommandiert haben bei Instagram gepostet dass sie ihn schon fertig gebaut haben Mountain Braids Arisen Nightmare in Textured Voll 10 Euro Karte Vodalian Hex Catcher auch eine der besseren Rares Activated Sleeper Ohami Kaleria Jedet Ojan einfach nichts wert Mythicron Nummer 2 nichts wert und Stan der Paranoid Ja also herum kommandiert dann auf jeden Fall sich Ser Eternal Schema schon gebaut Ich finde eigentlich auch alles ganz geil was so ein bisschen Enchantments mit im Deck berücksichtigt Forest Ertai Resurrected Weatherlight Completed immerhin 4-5 Euro Karte und Silverback Elder direkt dahinter Extended Art und Soul of Wind Grace Stained Glass Artwork 3 Mythic Rare Booster Nice Nett Nett Bringt uns vorwärts auf unserem Quest zu 12 Mythic Rares Jetzt haben wir schon 5 nach 4 Boostern Das ist stark Keine Lost Legends Karte Wir haben Stam Paranoid und Modellian Hexcatcher Sehr cool Es ist einfach immer schön normale Rares zu sammeln die ein bisschen was wert sind Squee Carplusan Forest und Temporary Lockdown Full Monty auch nicht schlecht an der Eurofront typischer weißer Effekt würde ich sagen Insel Die Pfeile auf Dreams in Foil Lanova Lanova Speaker hinterher und es wäre kein Booster ohne Civitri Dragon Master Orca und Rados Firebrand Das war Das war schon die Hälfte 2 Länder und 6 Mythic Grares On Track Jetzt fehlt nur noch die Lost Legends Karte 6 weitere Mythic Grares und 3 4 5 Länder keine Lost Legends Karte Insel Die Fight of Instinct Cerian Der Goldene Wind Braids The Risen Nightmare immer cool Javi Bayer Coast und Joira Ageless Inno Wetter Ey Jungs und Mädels Diese Hoffman auf die Lost Legends Also die sind schon wirklich selten Das kann man nicht anders sagen Schade Sumpf The Raved Man Textured Full Elder Dragon War Gerade das Firebrand Jede Lillian Aber hier ist sie Didn't I Tell you so Told you so Liliana Of The Vale Ey Nur Uwe hatte bisher Pech 90% Wahrscheinlichkeit Bei mir Lilly oder Shelrod zu ziehen Wobei wir bei Daniel Einmal Doppelt drin haben Vielleicht gleicht sich das Dadurch aus Bringt nur leider Uwe nichts Das ist natürlich bitter Wenn man so das einzige Booster Display bekommt Ohne Liliana Oder Shelrod Mal gucken Ob das hier Das Über Display ist Mit Ohne Lost Legends Rewards in Textured Rewards in Textured Foil Soul Windgrace Foil Dann haben wir Tanaka Rewards of the Claw nochmal Und der Vodalian Hexcatcher In Full Monty Sehr cool Sehr cool Guck mal Fast exakt das gleiche Mehr von Token Und der Vodalian Hexcatcher Geil Liliana dabei Einige gute Rares Noch keine Los Legends In den Comments Ist er drin Hier nicht Forest Ivy Spinne Squee Und Doppel Arjani 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 Einmal Foil Einmal Non-Foil Borderless Zwei Vier Sechs Acht Neun Zehn Elf Leider Dies ist die Günstigste Borderless Variante Von Arjani Ich habe noch nichts Phyrexian gezogen Weder Shelrod Noch Arjani Wäre natürlich auch mal Interessant zu sehen Wo die preislich so sind Keine Lost Legends Aber ein Sumpf Die Fyler of Faith Blade Wing Deathless Tyrant Dann haben wir Tetsuo Imperial Champion Zwölfte Mythic Rare Die Mythic Rare Jetzt fehlen noch die Länder Und Die Länder werden wir nicht kriegen Keine drei Stück In den letzten Booster Aber vielleicht Vielleicht Ist hier Eine Lost Legends Karte Drin Jetzt Letzte Chance Lost Legends Karte Nein Dafür haben wir eine Insel Wir haben Rata Dabrik Wir haben ein Land Und ein Hellkite Wir haben Ohabi Kaleria The Eternal Schema Und King Darian Hier kommt er hin Vier Länder Doppel Mythic Rare In einem Paket Liliana Simitri Silverback Elder Jared Ich würde fast sagen Du hast gegen Uwe gewonnen Die Preise sehen wir hier In kleiner Vergleich Aber Beide haben schöne Rares Die Mythic Rare hast du gewonnen Jared Ich fühle mich Sehr gut Ich trage mich Ich trage mich